Ein 21-jähriger Staatenloser hat am Dienstagvormittag im Wiener Bezirk Leopoldstadt einen 16 Jahre alten Burschen vor einem AMS-Kurs mit einem Messer attackiert. Der Iraker wurde am Kopf und am Nacken verletzt, der Streit empfachte vor einer Bildungseinrichtung, in der beide Beteiligten einen AMS-Kurs besucht haben dürften. Dem Vernehmen nach soll der 16-Jährige mit der Schwester des Staatenlosen in Kontakt getreten sein, woraufhin dieser ausrastete und zustach. Das Opfer wurde nach der notfallmedizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Der 21-Jährige suchte das Weite, konnte aber wenig später von Einsatzkräften der Weger in einer Wohnung angetroffen und festgenommen werden. Anschließend wurde der Verdächtige in eine Justizanstalt gebracht. In der Wohnung wurde die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Weitere Ermittlungen laufen. Untertitelung im Auftrag des ZDF,